Ella, Essen ist in fünf Minuten. Alexa, erzähl mir was über Amazon Echo. Amazon Echo ist ein Gerät, das rund um deine Stimme konzipiert ist und Informationen, Musik, Nachrichten, Wettervorhersagen und vieles mehr bereitstellen kann. Okay, cool. Alexa, wie viele Teelöffel sind 10 Milliliter? Zwei Teelöffel. Alexa, dann spiel meine Samstagsplaylist. Deine Samstagsplaylist wird abgespielt. Alexa, lauter. Alexa, von wem ist das? Dies ist Weekend von The King. Nicht schlecht. Ah, da bist du ja. Danke, Papa. Schmeckt's dir? Mama wird sich freuen. Alexa, setz bitte nochmal das Wok-Gemüse auf die Einkaufsliste. Ich habe Wok-Gemüse zu deiner Einkaufsliste hinzugefügt. Alexa, was steht für morgen auf dem Kalender? Es gibt um 12 Uhr den Termin Jonas Geburtstag Picknick im Park. Alexa, wie wird das Wetter morgen? Morgen ist das Wetter sonnig. Mit einer Höchsttemperatur von 25 und einer Tiefstemperatur von 19 Grad. Pass mal auf. Alexa, erzähl mal einen Witz. Warum hat der Buchhalter seinen Job gekündigt? Es hat sich für ihn nicht gerechnet. Der erlebt eine Menge Abenteuer. Und über einen, der eine Menge Abenteuer erlebt, wird eben manchmal ein Buch geschrieben. Alexa, hör Buch aus. Okay. Und jetzt ab ins Bett, kleine Maus. Alexa, Wohnzimmerlicht aus.